Monsters of Psy Eine Veranstaltung von Psychedelic, Fasor von Nürnberg und Zeffbau Monsters of Psy Fremdgier von Radio Zettel, Clipf Rock Magazin und Underground Expert Monsters of Psy Am Samstag, 29. Dezember Monsters of Psy im Zeffbau Mit Zischik aus der Tschechei Slowmind aus Düsseldorf Cosmorum aus Kohlmann Die verrückten Tschechen Raw Deal Und der meditative Abschluss Obelisk of Light Monsters of Psy Am Samstag, 29. Dezember im Zeffbau Eine Veranstaltung von Psychedelic, Fasor von Nürnberg und Zeffbau Dezember im Zeffbau